Heute gibt es 5 Tipps, wie du mit einem preiswerten Mikrofon hochwertige Tonaufnahmen machen kannst. Als Homestudio-Besitzer hast du nicht immer unbedingt den dicken Geldbeutel, um dir ein hochwertiges, sehr teures Mikrofon zu kaufen. Und deswegen kommen im Home-Recording-Bereich ziemlich oft eher Mikrofone der unteren oder mittleren Preisklasse zum Einsatz. Problem Nummer 1 ist, dass solch günstige Mikrofone meist deutlich mehr Hintergrundrauschen oder Brummen generieren, als ihre hochwertigeren Kollegen. Außerdem nehmen sie eher störende oder ungünstige Raumfrequenzen mit auf. Problem Nummer 2 ist, dass die Aufnahmen mit solchen Mikrofonen meist etwas dröhnend, dumpf oder auch sehr spitz im hochfrequenten Bereich klingen. Und deswegen gebe ich dir jetzt 5 Tipps, wie du die Schwächen solcher preisgünstigen Mikrofone etwas ausgleichen kannst. Legen wir gleich los mit Tipp Nummer 1. Und das ist, die Qualität der Performance vor dem Mikrofon ist immer wichtiger als die Qualität des Mikrofons selber. Wenn du eine gute Sängerin oder einen guten Sänger hast oder auch einen guten Akustik-Gitarristen, je nachdem was du aufnimmst, dann wirst du immer eine gute Aufnahme haben. Auch wenn das Mikrofon nicht ganz so hochwertig ist. Das gilt in vielen Bereichen. Diego Maradona kann mit einem selbstgebastelten Plastikball eine bessere Performance abliefern als ein Fußballanfänger mit einem hochwertigen Lederball. Ein Top-Rennfahrer wird in einem Polo immer noch eine bessere Fahrperformance abliefern als ein Fahranfänger in einem Maserati. Und wenn ich die Wahl zwischen zwei Gesangsaufnahmen hätte, wobei der einen Tina Turner in ein iPhone einsinkt und bei der anderen eine Amateursängerin in ein hochwertiges 5000-Eures-Neumann-Mikrofon, dann würde ich die iPhone-Aufnahme von Tina Turner wählen, einfach weil ich wüsste, dass die Performance besser ist. Ich selbst habe mal eine sehr gute Sängerin in einem Kleiderschrank aufgenommen vor vielen, vielen Jahren, weil das der einzige Raum war, der in dieser Wohnung einigermaßen trocken geklungen hat. Und trotz nur 99 teurer Audio-Technica-Mikrofon ist das eine sehr, sehr gute Gesangsaufnahme geworden, einfach weil die Sängerin eine sehr gute Performance abgeliefert hat. Und damit geht es weiter mit Tipp Nummer 2. Versuche die Nebengeräusche so gut wie möglich zu eliminieren. Hier hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst zum einen zum Beispiel einen Denoiser einsetzen, wie X-Noise von Waves oder NS1 von Waves. Da gibt es sehr viele verschiedene Modelle. Diese Denoiser Plugins können das Grundrauschen oder die Nebengeräusche von so einem Mikrofon lernen zu unterscheiden von der eigentlichen Performance und dann dieses Grundrauschen oder Nebenrauschen oder die Störgeräusche dann herausfiltern, sodass die Aufnahme schon mal wesentlich sauberer ist. Tipp Nummer 2 ist, du kannst versuchen, die Kabel zu wechseln. Egal, ob du jetzt mit einem XLR-Kabel dealst oder mit einem USB-Kabel, du kannst versuchen, die Kabel auszutauschen. Außerdem kann es auch hilfreich sein, verschiedene Inputs an deinem Audio-Interface oder verschiedene USB-Ports an deinem Computer auszuprobieren. Denn oftmals sind es auch die Eingänge und USB-Ports, die das Rauschen verursachen und gar nicht das Mikrofon selber. Mir ist das selbst schon mal passiert. Ich hatte ein USB-Mikrofon und habe dann vier verschiedene Ports ausprobiert und der erste USB-Port hat ein Rauschen verursacht und die anderen nicht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Es kann sein, dass es am Motherboard liegt, an der Batterie oder irgendwas mit der Stromversorgung zu tun hat, aber es kann tatsächlich helfen, wie gesagt, dem Input, wenn du verschiedene Inputs hast an deinem Audio-Interface oder verschiedene USB-Ports, einfach mal die auszuprobieren. Und dann kann das Rauschen auf einmal weg sein, ohne dass es überhaupt was mit dem Mikrofon zu tun gehabt hat. Hier vielleicht noch ein kleiner Zusatztipp. Die Möglichkeit ist groß, dass du für deine Aufnahmen ein Kondensatormikrofon benutzt. Das ist jetzt kein preisgünstiges, aber Kondensatormikrofone, auch die preisgünstigen, sind sehr gut darin, Störgeräusche oder Hintergrundgeräusche auf ihrer Rückseite zu eliminieren. Das heißt, sie ignorieren Geräusche sehr gut oder eliminieren die, die auf ihrer Rückseite sind. Versuch deswegen bei einem Kondensatormikrofon die Rückseite am besten immer gegen die Störquelle zu richten. Zum Beispiel gegen dein Fenster, wenn draußen die Straße vorbeiläuft. Wir sind im Home-Recording-Bereich, kann ja gut sein. Oder du richtest es einfach gegen die Klimaanlage oder gegen deinen PC, um das PC-Rauschen oder die Lüftung zu eliminieren. Du wirst erstaunt sein, wie gut das funktioniert. Tipp Nummer 3. Probiere verschiedene Mikrofonpositionen aus. Du hast bestimmt schon mal in irgendwelchen YouTube-Videos gesehen, wie Profis in ihren Top-Studios Drums oder Akustikgitarren oder Sänger abnehmen und einen Top-Sound, einen Top-Kristen-Klaren, kräftigen Sound erzeugen können. Hierzu musst du unbedingt eines im Hinterkopf behalten. Teure oder hochwertige Mikrofone verhalten sich wesentlich vorhersehbarer und reagieren wesentlich zuverlässiger auf bestimmte Frequenzbereiche als billigere Mikrofone. Bei günstigen Mikrofonen musst du viel mehr mit der Positionierung experimentieren. Sowohl am Instrument selber, also an der Akustikgitarre oder den Drums zum Beispiel, als auch in welcher Ecke deines Aufnahmeraumes du sie aufstellst. Wenn du kein Geld hast, deinen Raum zu optimieren, akustisch zu optimieren, und das ist sowieso ziemlich schwierig im Home-Recording-Studio, dann versuch wenigstens eine Ecke zu optimieren, indem du zum Beispiel Vorhänge aufhängst, eine Matratze reinlegst oder dir eben einfach günstige Absorber kaufst. Auch dadurch kannst du schon eine viel bessere Grundumgebung für deine Aufnahme mit einem günstigeren Mikrofon erzielen. Auf diese Weise bekommst du natürlich nicht den perfekten Aufnahmeraum-Sound, aber du kannst ihn stark verbessern und du kannst ungewollte Reflexionen minimieren. Übrigens, wenn dir die Tipps bis hierher gefallen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn du das Video mit dem teilst, dem es vielleicht auch weiterhelfen könnte, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst oder den Kanal abonnierst. Und damit geht es weiter zu Tipp Nummer 4. Optimiere deine Aufnahme mit Plug-Ins. Hauptsächlich zwei Plug-Ins können dir hier helfen. Das ist zum einen mal der EQ und zum anderen mal der De-Esser. Beim Einsatz von einem EQ ist mit Sicherheit ein Low-Cut angebracht, um das Grundrauschen oder Rumpeln oder Brummen dieses Mikrofons schon mal zu optimieren. Außerdem kannst du ungewollte Raumfrequenzen oder Frequenzen, die das Billigmikrofon überrepräsentativ aufnimmt, versuchen, mit einer subtraktiven EQ-Kurve ein bisschen auszuputzen. Vorsichtig bei der Bearbeitung mit EQ solltest du bei der Anhebung von Höhen sein. Das wird oft gemacht und das ist ein bisschen gefährlich bei Aufnahmen, die mit nicht so hochwertigen Mikrofonen gemacht worden sind. Bestimmt hast du schon mal ein YouTube-Tutorial gesehen, wo ein Profi in seinem Top-Studio die Höhen so um die 8 Kilohertz mit einem hochwertigen Equalizer angehoben hat, um der Aufnahme einen edlen Schein und Glitzer zu verleihen. Und dann klingt die ganze Aufnahme gleich crisper und edler und prägnanter oder präsenter. Der Schuss kann nach hinten losgehen, wenn du mit Aufnahmen zu tun hast, die eben mit nicht so hochwertigen Mikrofonen aufgenommen worden sind, weil diese sind im hochfrequenten Bereich oftmals schon ziemlich spitz oder überrepräsentiert. Deine zweite Plug-in-Möglichkeit ist ein Deesser. Ein Deesser ist ein selektiver Multiband-Kompressor, mit dem du ein Frequenzband auswählen und einschränken kannst. Hauptsächlich geht es hierbei um Sibilanten, also Sch- und Z-Geräusche, die werden versucht mit dem Deesser zu bearbeiten. Und auch bei der Arbeit mit Mikrofonaufnahmen von nicht so hochwertigen Mikrofonen kann ein Deesser hier wahre Wunder wirken, weil gerade in diesem Bereich wirken so billigere Mikrofone oft auch oder die Aufnahmen mit so billigeren Mikrofonen oft auch ziemlich spitz. Und hier kann dir ein Deesser wirklich weiterhelfen. Sorry, ich musste die Kamera wechseln, meine SD-Karte ist leider kaputt gegangen. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 5. Und der ist, optimiere deine Signalkette nach dem Mikrofon. Wenn du dir darüber bewusst bist, dass dein Mikrofon nicht so hochwertig ist, dann versuche die Signalkette danach und auch die Geräte drumherum so gut wie möglich zu optimieren. Das heißt, verwende gut die Kabel, verwende ein einigermaßen ordentliches Audiointerface und ein einigermaßen ordentliches Laptop. Denn wie vorhin schon erwähnt, ist es oftmals gar nicht, dass Mikrofon selber das Störgeräusche erzeugt, sondern die Umgebung, Audiointerface, USB-Port oder Sonstiges. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du unbedingt das Internet ausschaltest und dein Handy abschaltest, denn auch dadurch durch die Internetverbindung können statische Knacks entstehen, die deine Aufnahme zerschießen können. Ich habe mal für ein Tutorial fast 40 Minuten aufgenommen und habe vergessen, das Handy abzuschalten. Und als ich dann beim Schneiden saß, sind nach zwei Minuten lauter Knackser losgegangen und lauter statische Störgeräusche und das war ein riesiger Spaß. Also deswegen auf jeden Fall Handy abschalten und Internet abschalten. Das ist sowieso immer viel besser beim Arbeiten. Wenn du dich für das Thema Mixing und Recording interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch dieses Video hier unten. Da gebe ich dir die zwölf wichtigsten Mixing-Tipps, aus denen du dir mit Sicherheit auch einiges rausziehen kannst. Zum Schluss würde mich noch interessieren, was verwendest du für Mikrofone oder was sind deine Lieblingsmikrofone in deinem Home-Recording-Studio? Bitte schreib es mir unten in die Kommentare und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!